Hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile siebzehnten, fünften, achten Ausgabe, man weiß es gar nicht mehr. Aber sie ist immer noch gut. Ihr werdet es im Titel sehen und ihr natürlich auch. Wir werden heute über etwas Trauriges sprechen, Enttäuschungen. Dazu habe ich mir die passenden Gesprächspartner eingeladen. Olli und Benni sind hier. Enttäuschungen in der Videospiellandschaft, das kann natürlich verschiedene Ausmaße annehmen. Wenn ich an Enttäuschungen denke, ich habe mir natürlich vorab viele Gedanken gemacht, dann kommt mir als erstes ein ganz bestimmtes Spiel in den Sinn. Ich will es jetzt aber noch nicht spoilern, sondern will erstmal abwarten, wie es bei euch so aussieht. Und vielleicht hat ja jemand von euch die gleiche Enttäuschung erlebt, so wie ich. Wir fangen vielleicht mal an bei Olli. Olli, was hat dich denn so, wenn du einfach mal zurückblickst und du denkst an Enttäuschung am meisten enttäuscht in der Videospiellandschaft? Wo ich mich jetzt daran erinnern kann, ist auf jeden Fall Watch Dogs, das Erste. Das war ja sehr gehypt und war der GTA-Killer. Es war geplant, dass es gleichzeitig rauskam. Es gab super tolle Videosequenzen davon, dass alle es richtig gefeiert haben. Und dann kam die erste Meldung, wie verschieben ist. Und dann wurde es nochmal verschoben, nochmal verschoben. Ich glaube, drei, vier Mal wurde es verschoben, bis es dann das nächste Jahr, glaube ich, rauskam. Und dann war es einfach nicht in Erwartung erfüllt. Wofür hattest du das? Für PC oder Konsole? Ich hatte es mir für PS4 gekauft und habe es direkt wieder zurückgegeben am nächsten Tag, wo ich es einfach scheiße fand. Ja, ich weiß das noch ganz genau, wie da auch, also Grafik ist ja eh so eine Sache, ob man jetzt drauf abfährt oder nicht. Aber die Videos, die ja noch vor zwei Jahren, glaube ich, auf der E3 liefen und das, was am Ende im Spiel zu sehen war, das war schon heftiges Gepack. Aber was hat dich denn so gestört? Was ist die Grafik oder was mehr so das Gameplay, die Story? Ich würde einfach sagen, dass die Entwickler dachten, ja, wir sind so gut, wir können das locker gleichzeitig mit GTA 5 rausbringen. Und dann habe ich mir halt GTA gekauft und ich habe mir Watch Dogs auch gekauft. Und dann war es halt einfach 20 Mal besser, weil GTA war noch besser, also sie setzen ja keine Erwartung wirklich bei GTA. Die wissen, dass ihr Spiel gut ist, meistens, ja, und es ging damit, wir haben das und das und das und sagen halt, was wir wirklich haben. Dann bringen sie es raus und Watch Dogs, wir können das und das und dann verschieben es, verschieben es und irgendwann vergisst man eigentlich, also ich glaube, Leute haben echt vergessen zwischendurch, dass das Spiel noch existiert und dann haben sie es halt rausgewonnen. Und dann war es einfach nicht das, was ich spielen wollte und ich wollte auch keine 70 Euro dafür ausgeben. Ja, das, ich habe tatsächlich, das ist eines der ganz wenigen Spiele in den letzten Jahren, die ich mir für Vollpreis geholt habe, weil ich irgendwie, ich saß so zu Hause, da war es schon draußen, lange draußen und dachte mir so, ja komm, so schlimm wird es nicht sein. Dann habe ich mir das bei Steam geholt, ne? Es war so schlimm. Also die Story, ich habe mich so fremdschämen pur, wie Adrian oder wie auch immer der Hauptcharakter heißt, in seinem Mantel da rumläuft und diese Story mit seiner Nichte oder was, die da, das war so schlecht, ich konnte nicht mehr. Ja, das, ich dachte echt, die meinen das, das war, weil es halt so, das Schlimme war, dass sie es irgendwie so ernst gemeint haben. Die haben sich viel zu ernst genommen und das hat dann einfach nicht funktioniert und das Gameplay, die Autos, wie die gefahren sind, ey. Und jetzt ist ja der zweite Teil raus und der ist ja anscheinend vom Gameplay gut, weil es auch Multiplayer gibt und so, aber anscheinend haben die mit der Story auch wieder komplett verkackt, irgendwelche Charaktere, die cool sein sollen, reingebracht und die sind halt einfach nur nervig. Ja, okay. Ja, ich habe ihn noch nicht gespielt, den zweiten. Ich hatte auch irgendwie nicht so viel Bock, aber ja, Benni, hast du den Watch Dogs auch mal gespielt? Nein. Was ist denn dann deine größte Enttäuschung? Meine größte Enttäuschung? Ich würde mich jetzt nicht auf die größte Enttäuschung festlegen, weil ich tatsächlich gar nicht so sehr enttäuscht würde, dass ich sagen würde, das ist jetzt meine größte Enttäuschung. Damit würde ich, glaube ich, die Spiele viel zu sehr degradieren, die mich enttäuscht haben, weil es so schlimm bis auf Tryon 3 gar nicht war. Tryon 3 hat richtig reingeschissen. Ja, ich habe Tryon 2 geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, ja. Und dann habe ich mir Tryon 3 angeguckt. Das war einfach nur... Angeguckt oder auch gespielt? Ich habe es nicht gespielt, ich habe es nicht mal angefasst, so habe ich mich davor geekelt, ja. Man sieht ja Enttäuschung in deinem Gesicht. Boah, das war echt ein Schock, ja. Versuch es mal in Worte zu fassen, was hat dich denn am meisten negativ berührt? Also, sie haben dann ja mit 3D angefangen, also vom Movement her auch. Und es war einfach, du hast mich einfach direkt angesehen, wie scheiße das umgesetzt war. Das war einfach nur noch weinen, weinen, den ganzen Abend lang weinen, ja. Weil ich halt, ich habe Tryon 2 erst gespielt, als Tryon 3 schon draußen war. Und dann war ich halt mit Tryon 2 schon fertig und dachte halt so, naja, boah, geil, jetzt direkt erst mal Tryon 3 durchballern. Habe mir ein bisschen was angeguckt an Gameplay und es war richtig kotzig, ja. Es war nicht schön. Stichwort weinen, dann will ich jetzt kurz mit euch teilen, wo ich eigentlich fast geholt habe. Überleitung. Das ist noch nicht so lange her. Das war ziemlich genau vor 5 Jahren, im März 2012. Nein, Quatsch, das war im Sommer 2012. Oder mehr, egal. Es kam auf jeden Fall Mass Effect 3 auf den Markt. Und ich habe tatsächlich die ersten beiden Teile. Ich bin sonst einer, der zockt ein Spiel einmal durch und ich habe meistens nie die Motivation, das normal zu spielen. Also selbst wenn es ein RPG ist mit Wiederspielwert und sowas, normalerweise mache ich das irgendwie nicht. Also es sei denn Half-Life 2, das muss ich natürlich alle paar Jahre mal wieder durchspielen. Bis der dritte Teil kommt, muss man wieder voll auf der Höhe sein. Und der wird ja kommen, wie wir alle wissen. Und dann habe ich Mass Effect 3 geholt. Die erste Enttäuschung war erstmal, ich habe mir Collectors Edition natürlich geholt, weil das war eine Zeit, da habe ich Mass Effect mal einfach so das Spiel überhaupt. Und dann hatte ich aber, als ich das bestellt habe, war ich noch woanders gewohnt. Und habe vergessen, meine Adresse zu ändern. Dann wurde das wieder zurückgeschickt, dann musste ich also erstmal so drei, vier Tage länger warten. Das war schon mal eine Mega-Enttäuschung. Dann habe ich angefangen, das Spiel zu spielen. Und es war insgesamt eigentlich ganz okay. Also es hat Spaß gemacht und viele Handlungsstränge wurden ganz cool aufgelöst. Einige wurden mega enttäuschend aufgelöst. Bis dann halt das große Ende kam. Ich weiß nicht, ob ihr beide die Spielereihe jemals gespielt habt oder? Selbst gespielt nicht, nee. Aber ich habe Lots of Gameplay und Videos gesehen, ja. Auf jeden Fall hat sich dann das Ende hin. Ich war im Bioware-Forum unterwegs und habe das schon drüber gelesen, wie alle so meinen, das Ende darf nicht wahr sein und so. Und ich dachte mir so, das kann so schlimm witzig sein, die übertreiben. Und dann, man kann diese letzte Stunde, wenn man das zum ersten Mal gespielt hat und ich weiß, was passiert, man kann das gar nicht mehr beschreiben, diese Gefühle. Weil ihr müsst dazu wissen, dass viele Spieler, so wie ich, wir haben wirklich hunderte Stunden in dieses Spiel investiert und wir haben die ersten beiden, ich habe ja Spielstände für alle möglichen Szenarien vorbereitet. Ich hatte einen Renegade-Shepard, ich hatte mal alle getötet, mal nicht. Ich hatte echt alles mit zurechtgelegt, alle Spielstände und wollte es ja auch ein paar Mal durchspielen. Die ganzen Versprochenen, es war ja wirklich versprochen, dass es viele verschiedene Enden gibt, dass es nicht wie bei Deus Ex A, B, C gibt. Und dann kommt man da hin, dann läuft da dieser Junge rum und dann ist das ein Reaper. Und es macht innerlich sowieso keinen Sinn. Ich weiß, viele behaupten, mit den Endings, die danach geliefert wurden, wird es denen geben, in meinen Augen nein. Das ist einfach immer noch ein totaler Bullshit. Und unbedingt davon, dass die Story bullshittig aufgelöst wurde, hast du dann als Shepard die Möglichkeit zwischen Rot, Grün und Blau. Du gehst also in einen Lichtstrahl, du stößt wirklich vor so einem Lichtstrahl in so einem blöden Raumschiff und kannst in einen fucking Lichtstrahl reingehen und das Ende ist dann so eine fucking Slideshow in diesen drei Farben, die dann dazu führen, dass deine Crew uncharakteristischerweise wegfliegt, was auch nochmal erklärt wurde, dass es nicht anders ging. Die Not landen, also alle Enden waren einfach scheiße und alles, was du gemacht hast, alles, war egal welches Ende du gewählt hast, im Prinzip vollkommen irrelevant. Und das war einfach zu enttäuschend. Also man kann ja, vielleicht, die wollten das ja, die haben sich ja eingeschlossen und haben sich ja das Ende ausgedacht, zu zweit, so nach Motto. Und vielleicht wollten die sowas tief Philosophisches bringen und Entscheidungen, aber die bauen so eine ganze scheiß Trilogie auf, um Choices und Konsequences. Das ist so das Merkmal, dieses geile Universum und die Enden reflektieren als Null. Und danach waren wirklich, die Spieler waren so enttäuscht. Also da waren viele echt körperlich angeschlagen deswegen, weil man halt so, das wurde ja auch dann nochmal, da haben sich Ärzte gemeldet, haben das Phänomen so erklärt, wie das sein kann, dass man wegen sowas sich so richtig schlecht fühlt. Und da haben die auch irgendwie richtig viel Kohle gesammelt, um das für die Krebshilfe zu spenden und so. Das war auf jeden Fall so ein riesiger Aufmarsch oder Aufwand, der dahinter steckte. Und letzten Endes, ja, ich habe auch die DLCs, die danach kamen. Ich habe nur diese Endingsachen, aber ich habe die DLCs nicht mehr gekauft. Ich habe auch Andromeda in mir nicht geholt. Und ich werde es mir auch irgendwie mal auf den Grabbeltisch holen, weil ich einfach, ich liebe dieses Universum, aber das hat mich echt. Nie wieder. Das hat mich einfach so abgeschreckt. Also ich war da echt so enttäuscht, ich habe das Spiel auch nicht immer durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rüberbringen konnte, aber es war auf jeden Fall so, das hat mich richtig in den Grundzügen erschüttert. Das war so eine Enttäuschung nach allem, was man da so reinbestellt hat und wie die diesen Charakter Shepard dann behandelt haben. Also, ja, danke fürs Zuhören, das war alles. Ja, habt ihr denn vielleicht noch, wenn wir mal ein bisschen weg von der Software rücken, wir haben jetzt ja hier keine enttäuschenden Spiele liegen, aber wir haben ja auch Hardware mit liegen. Gibt es denn für euch zum Beispiel auch irgendwelche, ja, Konsolen, vielleicht auch PC-Bestandteile, Gimmicks oder sowas, die ihr euch mit hohen Erwartungen mal geholt habt oder von denen ihr gehört habt und euch dann dachtet, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, mir fällt direkt ein, der neue 3DS irgendwas, da sind bestimmt auch irgendwelche Buchstaben wieder hinter. Oder meinst du den neuen 2DS, der 3DS, okay. Nein, die 3DS, die hat 3D-Funktion und so. Ich habe mir vorgenommen, der ist zwei Wochen vor meinem Urlaub rausgekommen, ich kaufe mir den jetzt, wollen wir da zwei, drei Spiele für, fahre in den Urlaub, zock da alles einmal durch. Mega geil, Punkt Ende. Ich habe es für den Originalpreis, bin bei Saturn oder Mediamarkt, sind beide Scooter Lane, bin ich reingelaufen. Sind ja beide, gehören beide der gleichen Kette an. Genau, gehören beide der Kette an. Bin ich reingelaufen, habe es mir am ersten Tag gekauft, mit Hülle, mit was auch immer alles, was dabei war, so ein Pack für 300 Euro, 250, was weiß ich. Ich starte das erste Spiel, das erste Spiel Super Mario Bros. für den 3DS und denke mir, was ist das? Was haben die da getan, ja? Irgend so ein Story-Modus, wo du so, nur Fäde, wo dann immer schwerer stehen, war auch nicht geil. Irgend so ein Adventure-Modus, wo du durchläufst und irgendwelche Sachen einsammeln, das habe ich auch richtig verstanden. War kacke. Das zweite Spiel, was ich mir geholt habe, war Zelda. War mein erstes Zelda, was ich gekauft habe. Ich habe es nicht verstanden, ich bin wahrscheinlich auch zu blöd. Ich habe mich da auch nicht richtig eingesetzt. Das war halt im Urlaub bei der Autofahrt, ne? Oh, zum Glück ist Max nicht hier. Deswegen haben wir den heute nicht mitgenommen. Ja, war Zelda, ich habe es nicht verstanden. Das war das erste Zelda-Spiel. Ich mag Zelda einfach nicht. Ist nicht mein Spiel. Ist ja dann, ist ja okay. Ja, meine Meinung. Und das war es dann. Und dann, drittes Spiel war Monster Hunter. Habe ich gespielt. Da dachte ich mir, yo, hole ich mir einen Freund zu, weil man konnte das ja jetzt auch in Multiplayer spielen. Schlussende. Der Typ hat sich den nicht geholt. Ich habe Monster Hunter alleine gespielt. Ich hatte nicht die Zeit dafür, weil ich noch PC und PS4 gespielt habe. Und der liegt seit einem Jahr zu Hause rum. Ja. Enttäuschend. Wer einen 3DS haben will mit Zelda und Hülle, meldet euch. Das ist aber echt schade. Ich finde die Konsole an sich ist ja geil. Aber klar, am Ende kommt es ja auf die Spiele an. Und wenn du einfach nicht deinen Geschmack triffst, dann ist das halt einfach so. Bei mir war das bei der Vita so. Nicht die Vita, sorry, die PSP. Ich bin ja so alt, da habe ich ja mir noch die PSP geholt. Die habe ich mir auch erst später geholt, in so einem geilen Spider-Man Special-Rot. Also Münster-Medien-Rot sozusagen. Und ich habe das heute genau zwei Spiele dafür mir gekauft. Das erste war, das war dabei, das war so ein Warhammer 40k-Tactical-Strategy-Blabla. Das war komisch. Also es war ein Warhammer-Universum angelegt. Du hattest halt so ein Team und das war eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Aber das hatte irgendwie nicht so den Tiefgang, den ich mir erhofft habe. Und das zweite war, glaube ich, irgendein Tales-of-Spiel. Also diese Namco-Bandai-RPG-Reihe. Das habe ich auch gar nicht gespielt, glaube ich. Warum auch immer. Aber am Ende, ich habe die PSP trotzdem ohne Ende benutzt und zwar als Multimedia-Tool. Ich habe mir den geholt, noch bevor so die riesengroße Smartphone-Phase kam. Und da war das halt was Krasses. Du hast halt diese coole Geräten, die war ja wertig. Also die hatte einen geilen Bildschirm und so, auch wenn er gespiegelt war leider. Aber da konntest du halt die Videos mitnehmen, die darauf abspielen. Ich weiß noch, wie ich meine Warcraft 3, ja, wie hat man es nochmal genannt? Skill-Videos, die ich da gemacht habe, damals zusammengeschnitten habe. Natürlich nicht in meinen Skills, da gab es nicht so viele. Aber fremde Leute, das gilt. Und das war auch eine Enttäuschung eigentlich, ja. Und hat mir das dann so zusammengeballert. Dafür war es gut, aber so spieltechnisch war das Medium. Das war so scheiße. Ich weiß nicht, ob das noch jemand weiß. Das waren diese Mini-UMD-Disks in der Plastikhülle. Und dann, also das hat sich schon so scheiße angefühlt. Und dann lag das da im Laufwerk von einem... Komisch, dass es das nicht mehr gibt. Ja, dass sich das nicht durchgesetzt hat, verstehe ich überhaupt nicht. Benni, hast du denn auch irgendwas, was dich so an Hardware enttäuscht hat? Oder bist du immer gut gefahren? Ich hätte jetzt am ehesten auch noch die PSP genannt, weil ich das auch einfach... Ich weiß nicht. Das ist eine Konsole. Also ich habe mir nie wirklich was gekauft, wo ich dann echt gemerkt habe, so... Naja, das ist totaler Bullshit, weil ich mir aber auch nicht einfach wahllos das, was ich vielleicht haben wollte, kaufen konnte. Tja, sad, aber ist so. Naja, ist ja auch eigentlich gut so, dass du dich dann... ...dass du nicht in Versuchung geraten konntest, Quatsch zu kaufen. Naja, aber die PSP war ich auch erst voll angetan von und habe die dann bei einem Kollegen mal in der Hand gehabt. Und auch ab und zu mal gespielt und dann so, je mehr ich sie benutzt habe, desto beschissener fand ich sie. Das war einfach irgendwie... Ich und PSP war dann so... Klar, ich meine, die meisten, die sich scrollt haben, haben es ja auch dann am Ende... Die war ja so leicht mit irgendwo anders erworbener Software zu befüllen. Das war ja bei Nintendo-Konsolen immer ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, weil die PSP ja auch SD-Karten-Slot hatte, glaube ich. Und dann war ja immer die Möglichkeit einfach gegeben. Gab es denn bei euch mal bei Enttäuschungen, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, gibt es für mich auch noch so diesen Online-Gaming-Aspekt oder mit anderen oder gegen andere zocken. Gab es für euch denn so Erlebnisse, wo ihr vielleicht irgendwie von euch selbst enttäuscht wart, weil ihr versagt habt und dann sauer wart oder so? Oder habt ihr immer eure Freundin in FIFA oder PES oder was auch immer ihr so spielt abgezogen? Kannst du was sagen? Ja, natürlich. Ja, ich kann was sagen. Ich kann sagen, dass das bei mir nie wirklich ein Problem war, weil in FIFA spiele ich eigentlich nur gegen Noobs. Ich habe keine Kollegen, die wirklich gut FIFA spielen. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt, ne? Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Ja, das ist richtig. Ich mache dich fertig. Ich werde auch nicht vorkommen. Wie gesagt, ich spiele nur gegen Noobs. Damit du gewinnst. Ja, genau. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen um mein Selbstbewusstsein anzukurbeln. Nee, aber ansonsten, ja, ich zocke Looy, da ist immer so, verlierst du auch mal so. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie über die Maßen verlieren würde. Und wenn, dann sind ja auch die Teammates eigentlich immer schuld, ne? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, da spiele ich nur mit Noobs. Deswegen verlierst du. Gegen Gosus. Ja, genau. Ja. Ja. Nein, also, ich bin dann auch nicht wirklich enttäuscht. Muss man halt mit Leben so, ne? Weil, ich sage mal, 50-50 wird bei jedem so in etwa das sein, was drin ist, ne? Ist halt so. Ja, es muss ja die Durchschnittsspieler geben, sonst gäbe es ja keine guten, keine schlechten. Jetzt steigen wir noch in die Tiefen der Mathematik ab, das ist Wahnsinn. Ja, mir ist gerade eingefallen, ich habe immer über die Leute gedacht, die Sachen kaputt gemacht haben. Also, irgendwie Controller gegen die Wand gemacht haben, was ist los mit denen, so, wie kann man das machen? Ja, und dann kam ein spezieller Moment, wo ich gespielt habe und ich glaube, es war Counter-Strike und es stand wahrscheinlich irgendwie 14-14 oder so, ein gewichtiger Moment. Und was mache ich? Ich spiele, wir verlieren wahrscheinlich wegen einem anderen, also es kann nur wegen einem anderen gewesen sein, ich weiß es nicht. Ich nehme meinen Kopfhörer, reiße ihn aus der Buchse raus und werfe ihn gegen die Wand, er zerspringt und ich denke mir so, jetzt bist du auch so einer und da war ich echt enttäuscht von mir. Was ne, habt ihr euch irgendwie One-on-One, Atze, Holztor, Deagle-Only getroffen? Nee, nee, Teamsweek und dann Ranked und Gold-AK, irgendwas war es, also es war schon ein oberer Durchschnitt. Ja, wo du das jetzt angesprochen hast, ich bin da immer noch von mir selbst enttäuscht, bei mir war das schon früher der Fall. Ich weiß nicht, wie alt ich war, neun oder zehn oder elf, ich hatte immer noch meinen Original-Gameboy, den ich halt mit fünf oder sechs zum Geburtstag bekommen habe, also so wirklich von 92 oder sowas. Und hab Tetris gespielt und ich bin immer wütender geworden, es hat einfach nicht so hingauen. Und dann habe ich mit dem Ellbogen so voll auf das Display gehauen und blöderweise hat das geklappt. Und dann war der halt innen drin, ist der gesprungen, also da ist dann so die Tinte quasi da hinter dem Dings verlaufen und witzigerweise, der funktioniert noch. Also man kann ihn heute noch hochfahren und der würde astrein funktionieren, aber man erkennt halt nichts auf dem Display. Und noch so ein Plug-Klein, das ist echt traurig, weil der läuft noch, also der Gameboy war ja auch ein Gerät für die Ewigkeit, der wird wahrscheinlich uns alle überleben. Aber ich habe ihn tatsächlich, also noch heute gucke ich auf das Gerät, der liegt noch bei mir rum und ich denke mir so, alter, wie dumm. So richtig dämlich war das. Und dann habe ich mir, dann habe ich noch ein bisschen gespart und habe mir dann den Gameboy Pocket Go, den gab es dann damals in der transparenten Variante. Das war damals, der wurde krass beworben, das weiß ich noch. Da wart ihr noch nicht geboren, doch da wart ihr schon geboren, aber da wurde der beworben mit, man kann die Tasche stecken und der ist halt. Man muss sich einen Aktenkoffer mitnehmen. Ja, und der hatte auch nicht diesen grünlichen, der war wirklich schwarz-weiß, der hatte nicht mal die grünliche Verfärbung vom Gameboy und so. Das war ein geiles Gerät auch. Der habe ich auch noch, das läuft noch alles erst rein. Wo du Gameboy sagst, ich hatte früher Smaragd Edition, war das glaube ich, wo du dir auf einmal alle drei hier mit drei Quasern zu fangen konntest. Supergeiles Spiel, mein Freund hat das auch für den Gameboy, ich war bei meinem Freund, wir haben gespielt und irgendwie kam es dazu, dass die Schwester von ihm Malzby umgekippt hat und das in die Smaragd Edition reinlief. Schlussendet, es war kaputt. Ich habe von der Versicherung das Geld wiederbekommen, 40 Euro. Was mache ich mit dem Geld? Warte mal, warte mal. Nein, was mache ich mit dem Geld? Du hast die Haftpflicht von den Eltern, der Schwester mussten das dann zahlen. Richtig. What? Das waren 40 Euro, früher war das hier Geld. Das ist ja geil. So offiziell bei Versicherungen ist ja lustig. Und dann war ich im Urlaub in Berlin glaube ich und ich dachte mir, ich habe jetzt nichts zu spielen, da hole ich mir doch mal was. Gucke nach, was kann ich denn für 40 Euro kaufen? Oh, das sind ja drei Spiele in einem. Das ist ja ein super Geschäft, kaufe ich mir das Ding. Was ist es? Irgendwo, du konntest Darts werfen, du konntest bowlen und ich weiß nicht, noch irgendeinen Kneipensport machen. Und es war richtig scheiße. Billiard bestimmt noch. Bestimmt, es war richtig kacke. Ich habe zweimal Dart geworfen, das war auch das einzige Spiel, was da irgendwie gut funktioniert hat. Das war enttäuschend, das war wirklich der Tausch, Maragd gegen dieses dumme Drecksspiel. Ja, ich wäre gerne Sachbearbeiter gewesen in der Versicherung, der Pokémon Smaragd verkauft wäre 40 Euro. Ja, manchmal kann man das ja noch retten, wenn man irgendwie die Kontakte wieder säubert und trocknet und bla. Aber gut, vielleicht war dann alles, war Hopfen und Malz verloren, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, das war doch schon mal ein schöner Einstieg in das Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch häufiger über Enttäuschungen reden werden. Das passiert ja einfach automatisch. Benni, wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe noch was Wichtiges anzumerken. Oh, bitte. Ich wollte es Olli lassen, aber ich denke, ja, okay, na gut, okay. Aber fängt es mit N an und hört mit Oman Sky aus? Nein, tut es nicht. Nein, was? Ach, Ultimate Chicken Horse. Ja, das ist Ultimate Chicken Horse. Ultimate Chicken Horse, ich möchte eine Story erzählen. Es ist kacke. Story Ende, Review kommt. Ich hasse das Spiel. Krasser Spoiler. Nein, aber cool, ja, freut mich. Ich freue mich auf das Review. Ja. Ihr könnt euch auch freuen, das wird laut. Ja, aber N oman Sky haben jetzt nicht gesprochen, aber ich... Warst du es dir geholt? Nein. Und du ja auch nicht. Also war eh keiner von uns direkt betroffen. Von daher überlassen wir das Reden über N oman Sky vielleicht dann dem Experten Alexander von Dux. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er hier in Bennohaus saß und die Trailer und die Leute um sich versammelt. Guck dir das an, das ist der dritte Trailer. Da geht es um Handeln. Nein, es tut mir auch leid. Ich hätte mich echt gefreut, wenn es etwas Gutes geworden wäre. Aber auf der anderen Seite hat mir das Spiel, so obwohl ich es nicht gekauft habe, mehr Unterhaltung geboten als viele andere moderne Spiele. Der Meltdown, der im Subreddit da über Monate lang abgelaufen ist, das war einfach herrlich. Wir können ja vergleichen, was schlechter, No Man's Go oder Ultimate Chicken Horse. Ich werde gewinnen. Okay, ja, wir danken euch mal wieder fürs Zusehen und freuen uns auf das nächste Mal. Dann sitzen andere Leute hier oder die gleichen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Wir treffen uns ja einmal in der Woche und deswegen kann man das nicht so gut vorhersagen. Bis dann, alles Gute. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal.